Motoren sind rau. Oh, ich bin ein Blaues rein. Was war denn das? Ja, ich habe mit der Stonix mit der Pistole geschossen. Ich kann einen besseren Klaue hängen, aber den kann ich jetzt liegen. Ja, du kannst schon blauen. Hm, kein Motor. So, vorläufig lassen wir da provisorisch die Woodframs drängen, aber die werden wir irgendwann ersetzen gegen so Steinblöcke, wie sie wir verwenden. So, damit das wieder was gleichschattert. Haben sie leider ein paar Zeichen ausgetobt. Während die Paukeru gehört, haben wir es ausgegeben. So, zwölf Leder. Oh, ich habe einen Motor. Super. Den habe ich übersehen. So, was bietet der Container? Wer, wer... Ist bei mir, glaube ich. Okay. Der bietet gar nichts. Den zerlegen, wann? Okay, der haut noch hin. Erschießen ist vielleicht auch nicht optimal. Im Container. Du hast jetzt deinen Rucksack schon geholt, oder? Ja, ja. Alles klar. Oh, 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 oh. Was? Bei mir ist ein Hund. Ich frage mich gerade, was ich machen möchte. Im Haus. Ja. Lass gerade reinkommen. Dann bin ich ja draußen relativ sicher. Okay. Das sehe ich nicht mehr. Das ist eine scheiß Tülle. Ich bin mal vorsichtshalber aufs Auto geklettert. Okay. Ich kann es nicht mehr. Wo wissen die jetzt? Gibt es das? Das bringt genau das. Das ist das. Na gut. Ähm. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe da gerade einen Hund gesehen. Wo ist denn der jetzt? Der ist draußen. Ich sehe ihn von hier. Ist er wieder raus? Ja. Ich bin aber am Dach von diesem kleinen Gebäude. Ah ja, da draußen. Ich versuche ihn anzuschießen. Ja, das ist ihm relativ wurscht. Der ist fertig. Ja, ich mache ihn auch schon. Ich hole ihn. Liegt's? Ja. Brav. War mein Armbrust pulzen. Okay. Jetzt schaue ich da aber noch, dass da noch irgendwo noch herumläuft. Alter, wir werden da gewütet. Wo? Da beim Rathaus ist das Fundament komplett aufbrochen. Da hat sich irgendwas reingraben in den Stallbeton. Das Fundament ist ja zwei hoch als Stallbeton bei dem Gebäude. Na gut. So. Das war's mit dem Hund. Dann geht's weiter. So, das kann ich nicht mehr nehmen. Na, passt. Das haben wir alles. Ja. Und das da. Gut, okay. So. Ah, da haben wir mal nix. Ja, das ist creepy. Ich kann ja welche machen. Da ist das creepy. Genau, den Wandressort da herinnen, den haben wir ja schon. Hm, 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 hm. Am Weg dann, oder? Jo. Und, glaube ich, kann ich bessere. Okay, das kann ich zertippern. So, jetzt müssen wir sie nur mal da auszutmachen. So, du da. So, dann schon mal da. Ist das bei dir? Hm, kann sein. Wir müssen da rundherum schauen. Wo? Ich sehe zwar nix, aber wird schon irgendwo sein in einem Gebäude, ne? So, was haben wir da? Mit C-Anlager. Die lässt sich auch zerlegen. Vielleicht ist es wie der Kreischerin irgendwo im Säck. Pflinze. Ja, ich bin zum ersten Fall. Ich gehe mal wieder zur grünen Tonne ausleeren. Hm, hm. In der Hoffnung, dass sie nicht... Ah, da ist vorne eine Kreischerin, natürlich. Die müsste es eigentlich dort, wo dieses Loch in Richtung unserem Gebäude ist, müsste es schön rausziehen und sie abknallen können. Hm, hm. Weißt du, wo ich meine? Ja. Die werden sich durch das Gebäude, durch das Rathaus graben immer wieder und irgendwann macht es einen Rumpf. Ja, ich sehe sie. Ich kann mit der Rumpf aus die Rumpf nicht mehr schießen, seit ich das krein dort habe. Ja. Ja, ich bin da. So. Okay. Ich hole mir es, ne? Ja. Beziehungsweise, ich räume zuerst aus. Ja, eins ist halt schon, das Gebäude zieht Kreischer an. So, da geht es dann rauf. Gibt es da noch was, was man brauchen kann? Ich hole mir das Mausi mal. Ja. ja. Gut, weiter geht's. Ich habe noch was beim Autofriedhof. Was mache ich dann? Bisschen zusammen. Ah, ich bin voll. Darum kann ich nichts machen. Wir brauchen Holz, oder? En masse. Oh, maß Holz. Ja. Gut, dann werden wir einmal ausleeren. Wenn du noch einen Platz findest. Oh shit, ist er wieder. Was ist denn? Naja. Das wäre das und das ist raus und raus und raus. Ja, das deckt sich ja einiges. Oh hell. Ah, Skritten. Das könnte noch Federn gehen. Passt. So, dann gehen wir noch mehr durch. Das bochenes Glas haben wir da herrin. Passt. Ne, ne. Da haben wir wieder einiges frei. Hm. So. Gut. Ja, kann man es decken? Ja, kann man es decken. Sehr schön. Öl. Gut. So, dann nehmen wir die ganzen Sesseln damit. Kannst du auch gleich zerlegen. Zerlegen. Ah, da brauchen wir das, das Pflanzmann. Und dann bringe die Mutter rein. Das. Oh, das. Soooo. Ich brauche eines Deluxe. Oh shit, Crasherin. Schon wieder am Weg. Lady, ihr nervt. Sie steht wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Okay. Ja, genau. Ich glaube, du hast eine wirklich gute Position. Ach so, da. Also bei der Mülltonne wieder. Mhm. Die bräuchten nur einen Schritt weiter gehen. Ah, sie ist runtergefahren. Passt. Ein bisschen Warten, dann erledigt sie sich selbst. Genau. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen alles. Potassium. So, Ressourcensteine. Oh mein Gott. Es ist ja, wobei ich will gar nicht mehr weit laufen. Ah doch, da sind welche. Ja, cool. Dann nehmen wir die gleich mit. Sehr schön. Das ist wohl genauer, oder? So. 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 Wir brauchen die dann immer gern gesehen. So, das war ein Gerichtssaal. Ah, da werden auch die Lampen. Siehst du, die können wir auch noch abbauen. Ja, wir sind wie Heuschrecken. Wir bauen alles ab. So. Ja, da kriegt man halt wirklich richtig viel von dem Part raus. Wobei wir es ja glaube ich sogar schon selbst bauen könnten. Ich glaube schon. Du kannst das im Werktisch mittlerweile. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht geschaut. Ups. Die Lampe ist dort. Die schenkt man uns. Das ist mir ein wenig zu hoch. So, die nehmen wir noch nicht. Ah, ich bin die Schenpel-Lady-Gund-Meter-Fahrer-Eichswerken. Und die nehmen wir noch mit. Hm? So, aber jetzt. Gerichtssaal. Ade. Erledigt. Uah, da geht's nach außen. Genau, da wird die Tür. Dann stellen wir auch da bei provisorisch was rein. So, dann gibt's da den Besprechungsraum. Mann stimmt. Der war ja auch noch. Hm. Die ganzen Häuser müssen wir auch noch machen. Das nächste wird das große Hochhaus sein. Ob das ganz in der Nähe ist. Wird da. In der Nähe, in der Mitte irgendwo. Hm. So. So. So, da hab ich aber sie gesäubert. Hm. Lauf mit haften. Ich denke, man, Hunde kommen hier heute nicht mehr. Na, ich glaub, das war's. Kann man nicht vorstellen, dass jetzt nur mal... Ah, schon wieder eine Kreischerin, wo's auf uns vorläuft. Oh, die Blütschirm, da bauen wir auch. Na. Wurscht. Ich werd die da suchen zu erledigen. Das geht besser, da feiere ich's. Das ist bei dir, oder? Ja, die drei laufen, glaub ich, Kerzen gerade auf mich zu, ne? Na, wo ist denn die jetzt? So, das war's da. Dann schauen wir mal nach oben. Hey, du Dämliche, wo bist du durchgelaufen? Ah, da hat man's raus. Na, die holt dich. Ich hol dich von der anderen Seite. Also, wenn du vorne, oder wie du bei den Treppen rauskommst, müsste da irgendwo die Kreischerin sein. Ah, ja, ich glaub, ich sie sie. Alles klar. Sie hängt an einem Strohhalm. Sie hängt an einem Strohhalm. Über unseren Abkram. Nein, nein, zwischen den Häusern. Aber mit einem glatten Kopfschuss. Und wenn's nochmal aufsteht. Ich warte. Ja, sie steht. Also, das Gebäude ist in höhere Löcher. Hat er gewütet. Hast du das jetzt überstanden? Ja, denke schon. Die Leder kratscht. Da bauen wir auch auf. Da gehen wir lieber raus. Für unsere eigene. So, irgendwo ist ein Brennender. Mhm. Mhm. So, irgendwo ist ein Brennender. Was ist das? Bauschutt, glaub ich, oder so nennen sie das. Herumliegt. Wir haben ja damals, wenn wir die Baugrube ausgehoben haben, da hat dieser Gebäude gestanden. Und bei der Dibra sieht man das. Er hat ja eine Spezialfolge rausgebracht. Ja. Wir haben das Gebäude damals mit Dynamite abgetragen. Ja, war noch recht ein netter Anblick. Und... Da sind merkwürdigerweise da in dem Rathaus... Geht nix mehr. Shit. ...so Bauschuttblöcke da drinnen jetzt. Jetzt wird er eh rundherum gesäubert, aber... Die sind da durch die wendige Glücksstelle. Ah, das brauch ich nicht. Hm, das mach ich da mit, das mach ich da mit. Hm, da ist noch eine Lampe da drüben. Das nehm ich mir mit. So. Bisschen Ressourcen, Parts kann man nicht mehr draus. Ah ja, da dürften dann... Da hätten jetzt die Seves noch. ...minen sein. Die haben wir ja, glaub ich, schon... Schon jetzt sehr militärisch hier. Oh, schreck mich. Sorry. Ja. Oh, der ist noch. Der ist noch. Der ist noch nicht gelootet. Der Seves... Nein. Jawoll. Ja, was Schönes gefunden. Ja, Waffenteile wieder. Aber ich bring's nicht mehr rein. Ja. Dann wird das nur zusammenliegen da. Ja. Steht da oben. Ja. Da ist ja auch noch einer. Da. Da ist ja auch noch gesperrt. Die Seves habe ich noch gar nicht gemacht. Ah. Ja. Ich werde dann wieder zurücklaufen. Oh, da war ja ein orange Kompon-Bogen drinnen. Schön. Und eine ganze Pumpkin. Bisschen Munition. So. Aber wie gesagt, das legen wir alles nur zusammen. Oh. Reifen. Violett. 595. Sehr schön. Ja. Aber ich lauf jetzt retour. Ja. Da ist ein Kompon-Bogen in orange. Cool. Hm. Der Kleine ist auch noch zu gesperrt. Machen wir auch schon. Das geht sehr anders. Ich bin einfach zum Bärsten voll. Und mir geht gar nichts mehr. Schauen wir mal. Ist irgendwo hübscher? Nope. Aber hier steht da eine Kreischersage. Okay, das war jetzt weniger prickelnd. So. Das holen wir dann am nächsten Tag ab. Mhm. Soll ich auf dich warten? Brücke ist unten. Nein, kannst du da drauf geben. Das ist kein Thema. Okay. So. Ich spring gleich da raus. Du springst gleich drüber über unseren Abgrund. Genau. Mit einer geilen Action-Einlage. Mhm. Genau. So. Dann rein in die Spikes. Die Klamerkisten. 15 Potasium ist nicht die Welt, aber es ist was. Mhm. Mhm. Ja, ich kann nicht ja. Da. Yep. So. Haben wir vier Reifen schon extra was? Na, gell? Ja. Ja? Mhm. Wo? Äh, in einer der provisorischen Kisten, die untere das... Ah! 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 Fuck! Wo? Ah! Fuck! Da läuft eine. Uah! Scheiße! Wo bist du? Ich komme gerade auf die Rampe. Die stehen gerade auf. Die Rampe ist unten. Lauf, lauf, lauf! Alter! Alter! Sie hat vorhin noch angeschlichen. Ich mach die andere. Oh! Okay, ich geh jetzt trotzdem ab. Ah! Ja, okay. Die hat jetzt mittlere. Und da retten wir das. Springt's in Abgrund. Miststück. So, Mutterradbuch. Ja. Ja. Ah ja. Da sind wir voll. Ja, ist ja gut. Mein Gott, nein. Das ist voll. Warum ist das voll? Ja, da hab ich auch gerade reingeschaut. Aber beruhigend, dass du zum gleichen Ergebnis kommst. Ja. In der Mittelein ist das Mutterradbuch. Alles klar. Werde ich mir dann gleich aneignen. Ah, Sand. Ich geh nur die Ressourcen durch. Die hört nicht auf, oder? Da draußen. Ah, das ist eine blöde Kuh. Machen wir mal auf da. Und so. Oh mein Gott. Hm? Ja, das hat sich natürlich ausgezahlt, dass wir die Schreie nehmen lassen. Tu sich draußen, was? Ja. Ja. Okay. Wer sonst ganz fad, ich bin gleich bei dir. Beziehungsweise unten einsammeln, ne? So schön. Auf und der auch hin. Was ist mit dir? Der Hektiker. Der ist einmal erledigt. Nur leider. Ah, jetzt ist es runtergefallen. Und der springt da. Toll. Wenn sie ihn sehen, springen sie. Cool. Ein Geländer wäre halt nicht schlecht. Naja, da kommt ja eine Zugbrücke. Ach so, ja. Aber du hast schon recht, da kommt dann nur ein Geländer drauf. Da steht auch einer herum. Ach, daneben. So, da ist, glaube ich, Geländer. Ja, genau. Das können wir. Schauen wir da noch. Aha, da bewegt sich einer. Na komm, ja. Spring, spring, spring! In den Schritt geschossen. Au, au. Ja. Was ist daneben gegangen? Ja. So sind die Überlebenden. Kein Erbarmen mit den Zombies. Gut. Die Gräscherin ist weg. Der Rest erlebt sich von selbst und die, die dann noch leben. Hm, naja. Die kommen dann am nächsten Tag dran. So ist es. Jetzt trauen wir das da mal schnell ein. Na gut, sind wir wieder am Ende dieser Folge. Ja. 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 Ich werde die Öfen über Nacht anschmeißen. Was haben wir da noch? Okay. Ja, ich räume nur die letzten Sachen aus. Wir werden wieder ein bisschen Baumaterial produzieren. Ja. Ja. In der Mitte liegt das Buch, hast du gesagt, gell? Ja. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Ist es nicht? Den Klar haben wir mit, nur mal ein Blip bis auf die 4,50. Den werde ich jetzt liegen. Ah, den meinigen, ja. Alles okay. Ich mache dann neuen. Bitte, ja. Na gut, dann sehen wir uns am nächsten Tag, Tag 18, wenn wir wieder Morgendämmerung haben. Bis dahin. Happy Gaming. Und tschau tschau. Tschau. Vielen Dank.